Musik Boah, kalt und stürmig hier Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's play The Legging Forest Ja, ähm Muss ich kurz die Welt generell noch alles hier, dann Kann ich euch runter, ohne Schmerzen zu bekommen? Ja, super Also, wir sind jetzt hier bei The Forest wieder, meine lieben Freunde Ähm, ja Wir haben in der letzten Folge, ich habe jetzt erstmal aus den ersten Folgen, habe ich vier Stück P P30 Minuten gemacht P30 Minuten, ne? Ich nehme jetzt hier nochmal was auf, bin mir jetzt nicht sicher, ob Ob dann, ähm Das jetzt so rauskommt Weiterhin, oder ob ihr sagt, nee, ich will das Oder so haben, das kann ich noch nicht sagen So, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal Eine Plattform Dann haben wir jetzt festgestellt, das hier geht irgendwie nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe Wir brauchen hier fünf Holz, fünf Holz und vollstes Holz Da haben wir doch sicher hier irgendwo unseren Wagen Da ist unser Wagen, genau so Da nehmen wir uns den mal Dann gehen wir ein bisschen weiter in den Wald rein So Dann tun wir hier mal ein bisschen Alles weg machen Dann findet man den Wagen nämlich auch wieder Dann würde ich sagen, fangen wir mal an Und hier mal ein bisschen den Bäumen glücklich zu tun Wir sollten dann vielleicht auch langsam Sobald wir unser Lager dann aufgebaut haben Gut, es wird noch ein bisschen dauern Sollen wir dann langsam anfangen Uns mal ein bisschen auf der Insel um zu gucken, was wir so finden Es gibt ja noch einige tolle Sachen Wie Seile und was ich nicht alles noch finden kann Dann sollte man auch langsam irgendwie Hasenbauten oder so anfangen Wo fällt der? Ups Hä? Ach da So CC Kann ich nicht mehr aufsammeln Bin ich blöd? Wo liegen denn? Da liegt einer Irgendwie fehlt der ein Stamm Ist auch so hell gerade hier Boah Dass man gar nicht sieht Hm Na gut Ähm Ich will gerade mal gucken Ja natürlich gut, wenn man den Wald hier so ein bisschen auswildern könnte Aber Ich glaube, das wird so nicht gehen Äh Das wird alles wieder nachwachsen komplett Ja, aber dann sehen Ich weiß nicht, ob nur die kleinen Bäume nachwachsen Oder auch die großen auch nachwachsen Wenn die großen nicht nachwachsen würden Könnte man das so ein bisschen auswildern Und hätte dann irgendwann Ähm So Wenn wir uns gucken, bis der noch da filmt Dann halt nicht So CC Kannst du mal die Augen treiben Da ist noch einer Und Da ist noch einer CC Ich würde sagen, nehme ich den hier mal noch mit So Überall mal so ein bisschen Reinhacken Und noch ein paar Schläge Aber irgendwie geht es schneller als vorher Hab ich das Gefühl Super Der fällt in die Richtung So Kann ich da noch Nee geht nicht Dann nehmen wir uns den Wagen mal Ich sehe leider kaum noch was Aber ich glaube es reicht aus Um mich zurecht zu finden E Äh CC EE CC EE CC EE CC Das war's schon Er passt da gar nicht drauf Äh Dann mache ich mal C C C C C Hallo C So Achso ich muss ja eh sowieso Warte mal Dann Oh CC Dann Paar ich die gleich hier rein Ist ja schwachsinn So Dann Brauche ich irgendwie so nicht Dann C Dann schaue ich mal ob das jetzt funktioniert Ist natürlich jetzt beschissen ne Hm Das jetzt natürlich beschissen Dann mache ich mir mal Stopp moment da war so Ist ja auch schwachsinn Wie kommt man jetzt auf diese Plattform da hoch Kann ich die jetzt Ich könnte die hier drauf packen sowieso aussieht Ok nochmal so testweise probiert ok gut dann mache ich das jetzt so dann mache ich jetzt äh Eine Plattform Dann mache ich Ich Noch eine Plattform So nehmen wir uns mal ganz kurz hier Oh Ist das süß Ich wollte ihn grad umbringen aber Es hat nicht geklappt so wie ich mir das vorgestellt hab Ähm Da hab ich noch einen Dann muss ich das so machen dass ich dann von hier hier drauf gehe und dann ok das wird ein bisschen umständlich aber G Öhhh Sagen wir uns jetzt bald So jetzt der wald ist aber doch schon gut okay da wollte ihr das mal einkaufen habe ich mich voll eingeladen auf eine runde der geht es auch kurz einkaufen also dabei so und da habe ich gerade was hier liegen auch noch hier liegen baumstämme und das ist nur einer aber hier sind körperteile von einem menschen gewesen ich weiß nicht ob das jetzt gut war oder nicht ich würde hier gerne noch eine plattform errichten das war keine gute pilze okay es gibt zwei braune arten pilze wir haben natürlich auch gerade nichts mehr flair haben wir eine das war nicht geplant upgraded stick so jetzt haben wir eine fackel likedor wir können hier anscheinend noch was machen ich weiß aber nicht was wenn du ein bogen wir haben bogen gebaut ach da steht was man alles machen kann eine axt können wir also auch machen eine bessere axt und drossant mal gucken wie die oh 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 Ich begebe mich mal kurz hier hoch Die beobachten mich War mir klar, dass die irgendwann kommen Wir haben hier natürlich gute Rückzugsmöglichkeiten Das sind drei Stück Dann gehe ich mal ganz kurz nochmal hier rein Dann rüste ich mal noch das aus Ist doch ne Fackel, oder? Can't be used, er wird combine Jetzt sind wir hier, das geht nicht Das geht nicht Das geht auch nicht Upgraded rocket, can be used as weapon, ok Ich frage mich halt gerade Das sind zwei Obwohl, ne Ich nehme auf jeden Fall eine andere Waffe Bevor ich da runtergehe Schöner Back mit dem Baum Schöner Back mit dem Baum Auf jeden Fall Stirb Vogel Ok Wir haben nichts mehr zu essen, gell Ich überlege gerade, ob wenn ich mich Sag mal, ich stelle mich hierher Dann mache ich ein Feuer Hoffentlich geht das Das ist ja voll geil Bin ich immer noch zu weit weg Ach, ist das beschissen Ich kann natürlich jetzt auch nicht schlafen Hm Na gut Ich weiß auch noch nicht wie viel das jetzt sind Ich habe vorhin drei gesehen, mittlerweile scheint es aber mehr zu sein Ok Ich nehme mal die normale Axt Dann nehme ich hier mal Das da Dann verkrieche ich mich mal in die hinterste Ecke Ok Das sind minus neun Grad momentan Wie das neun ist ganz schön kalt, ne Weil das hier alles wächst, wundert mich gerade Aber ich werde nicht lange Überleben Wenn ich mir jetzt kein Salamander mache Ich weiß nicht wie lange man ohne Salam ohne Leben überlebt Du kalt in bed, build a fire to get dry Low energy, eat something or get some rest Ich muss es wagen Glaube ich Ok nein ich muss nichts fragen Das heißt es bleibt nichts anderes übrig als bis zum ende des tages zu warten Weil ich müsste erst das feuer anzünden dann müsste ich den salamander drauf legen und dann könnte ich erst zur waffe greifen Das wäre ein bisschen heftig Ist natürlich bescheid dass wir noch keinen ball haben Was Also Hle die blaubeeren essen ich musste jetzt das essen da hat mir zwar leben abgezogen aber ist besser als nichts und hier irgendwo waren blaubeeren ich habe nichts freund das sind keine blaubeeren aber da müssen wir durch wieso kann ich nicht zuschlagen hallo boah was für ein tägliches spastelkind ok wir sind gut ausgerüstet wieder ich werde jetzt auf den weg zum lagerfeuer gehen lagerfeuer machen ich frage mich wenn die klüger mich mitnehmen können du kannst nicht mehr köpfe tragen scheiß bären so irgendwie leider nichts mehr in der nähe zu sein hoffe ich ich will nicht die ich will die schlägt bei mir anscheinend schneller wo ist der hä wo ist das salamander hin ach ne gut dann nehmen wir wieder das gehen wir mal nach oben wo wollen wir gar nicht nach oben ich gehe einfach hierher und schlafen meine runde und es ist tag sehr schön der pack mit dem baum naja hab schon schlimmeres erlebt die kann man lassen die hellen es gibt hellrote und es gibt dunkelrote so die kann man also essen so ich konnte jetzt keine stücke mehr drauflegen schau ich mal ob ich ganz kurz ob ich neue mitnehmen kann ich kann wieder neue mitnehmen ne gar nicht mehr es ist verwirrend b ich glaube ich brauche noch ein lager storage wir brauchen noch ein storage dafür e ok so weg damit und dann machen wir mal die ganzen Stöcker wieder auf die hier liegen ich würde mir gerne ein sehr großes Lager davon ansammeln ach ach töte sie ja schon wieder voll ok dann tun wir das nochmal ganz zu zweckräumen alles sehr schön hier konnte ich ja nichts dran bauen gell b du bist jetzt aber jetzt irgendwie so irgendwie baumback vielleicht hat das andere mal der baum ja auch gebackt ich kann es nicht sagen aber das ist ein toter baum so wie es aussieht los moment b ok ok